Servus, Grüezi und Konnichiwa! Willkommen zu einer neuen Folge von 4s of Year mit dem Lieben Manuel. Hallo! Ist heute schon wieder hier gist? Manuel. Ja. Ist doch der Wahnsinn. Im Spal ist hier gist und draußen schneibt's. Das war auch das. In echt schneibt's. Und das nicht gerade ohne. Übrigens. Wir haben den 19. März. Übrigens, weil es mir gerade einfällt. Instagram. Hammer. Und du sagst mir das auch, wie es schneibt. Also. Ja. Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ich noch mehr einfügen würde. Wow. Das ist unglaublich. Oh ja. Das ist verrückt. Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ich noch mehr einfügen würde. Uiuiui. Oh. Also ist mir auch gerade gegangen. Ausschei, warum zieht denn die da so an? So und ich hoffe, in dieser Aufnahme läuft's ein bisschen besser wie sonst. Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst? Wie sonst? Ja, das ist ja schon wie sonst. Pass auf damit, du kannst dagegen fahren. Schon wieder? Ja. Ist das das wieder? Ja. Ich wollte warnen. Aber es war wahrscheinlich schon zu spät. Ich bin nicht dagegen fahren. Nein, bin nicht dagegen fahren. Alles gut. Ich komme an der Civic. Ist das eine Subaru? Ist das eine Subaru? Ist das eine XV? Gibt es eine XV als Sport? What? 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 Das ist eine Subaru ist da nicht gerade nicht dabei. Ich komme auch nicht wirklich für die, aber mein Gott. Aktuell, meine ich, schaut's nicht so schlecht aus. Nein. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. War ein Strick nicht so wild. Und dann einmal zurück zum Thema. Bei uns hat es heute Mittag geflockern, aber kaum brutal. 15 Meter Neuschnee auf eineinhalb Stunden. Also ich bin von der Arbeit heim gefahren und bin ausgestiegen von der Auto. Und da habe ich so, naja, ein paar Meter zum Gehen. Also ich war ein Schneemann. Also, ja. Wirklich? Ja. Bist du genau um 12 Uhr heimgekommen? Hm, halb eins. Na gut, da bin ich in ein Auto gefahren. Beziehungsweise um halb eins war ich sogar schon daheim. Oh, ich habe KI abserviert. Ha! Was? Geiii! Aua! Oi, oi, oi! Ich habe KI gegen 1.000 Euro geschoben. Oh, das ist immer gut. Solange es nur KI ist und nicht ich. Na. Ich weiß nicht, ob ich noch mit Rockenbang gefahren bin. Oh Gott, da war ein Hauseingang, der ist aber eigentlich, naja. Beschissen? Ja, ich bin drüber gefahren. Ah, ich kann Nummer 4 jetzt eigentlich. Oh, ich bin vierter. Lassen wir direkt ein, gell. Ja, eh. Huiii! Schau her, das läuft ja schon wieder. Ah, läuft ja noch. Ich bin dritter? Ja. Ich war gerade noch vierter. Das Spiel ist nicht verpackt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schau, zeigt mir mein scheiss Auto an. Wer das kennt, bitte in die Kommentare. Nissan? Die Lackierung davon. Mit deinem Auto. Ach so. In Verbindung. Ja, da hab ich ja nicht aufgeschaut. Es ist der aus... Ah nein, der hat jetzt nicht in Berlin. Jo, jetzt darfst du schon, weil... Jetzt ist ja schon spät. Also wenn du müsstest, jetzt noch schreib mal, jetzt ist spät. Okay. Jetzt ist spät. Ist das die Lackierung von... Ist das die Lackierung von... Ist das die Lackierung von... Äh, nie von Speed? Ist das die Lackierung von... Tokio Drift? Äh, ding, 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 äh... Ne, von nie von Speed Tokio Drift. Wer ist denn der Film? Äh, nie von Speed. Fast and the Furious. Ja. Paul Walker. Auto. Ja. Tokio Drift. Nein. Ja. 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 Ja, wenn mal der Film als Tokio drückt. Ist das die Reihe... Also die... Glaub ich nicht. Hallo! Hallo! Du leck mich an mein... Kleiner... Nein, so klein ist er nicht. Das sind nicht 20 cm... So. Äh, ist der Erster? Nein, überhaupt nicht. Oh, oh, oh! Da war schon wieder so ein KI-Hatto. Die Kurven waren eng. Oh, 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 oh! Fuck! Hier schon wieder nur... Oh, 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 oh! Das hört sich nicht gut aus. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Nein, das hat sich auch nicht gut gehört. Die Kurven, die du gesagt hast, die waren eng. Ja, komplett voll schlimm. Oh, lecker, lecker, lecker! Da gibt noch enge Kurven. Naja, bis auf Road kann man machen. Leicht, sofort, eh klar. Kann man nicht. Ähm... Ja, da geben wir mal ins Halt. Weil das... Was ist denn lieber? Da hab ich meine Ruhe. Ja. Da red man keiner, ebst drei. Das ist gut. Irgendwie aufholen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, danke Kai! Scheiß Kai! Danke Kai, Scheiß Kai! Was geht jetzt? Erst hat's mir gekäufen und dann... Na ja. Hab ich's abserviert. Aber gekannt. Hab ich's ja dich abserviert. Nein, nein, ist sie. Ich hab Kai ins Auto gedrängt. Oh, ich muss mich so konzentrieren, da ist er noch mit Rocky. Du Seiße! Ja, das ist Gagel. Oh Gott! Brauch halt noch zwei, drei Stück. Ja, vergiss. Vergiss. Zwei Stück. Noch Paus mal hab ich genommen. Achso. Okay, nein, dann wird's nix. Oh ja, wir müssen so den letzten drücken. Natürlich. Aller guten Ding, es sind drei. Hey, ich bin vor dir. Das ist gut. Hi, Manni! Hallo! Was machst du denn da hier hin? Auf einer Seite, Urlaub auf Mauritien. Das ist schon wieder so, 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 so. Weiß ich nicht. Am Limit fahren. Das Schlimme ist, das ist erst 800er-Glass. Später kommen noch andere krachen. Vergiss den voll. Also, für mich ist nicht mehr mehr drin. Aber für mich auch nicht. Ich hab mir wieder mal ein wenig die Wald angeschaut. Hui! Na ja, ist egal. Fick die Kacke. Die Wald muss man sich auch mal angeschaut haben. Also, okay. Ja, ich hab da gestecken. Wir haben gestecken seit Bund. Ich hab mal ein wenig nachgeschaut. Weil der macht ja alles so gut gereichert. Und deswegen hab ich mal ein wenig anschauen müssen. Der hat mal geschrien vor der Weiten. Aber da hat der noch was. Weil jetzt, was du gesagt hast, dauert mich vor allem lange drauf. Ich muss mein Mikro wieder mal ein wenig fest schrafen. So, was schau. Der hat eine Schraube locker. Oh, weißt du? Oh je, oh je. Schmier mich! Schmier mich! Schmier mich! Ein wenig wie die 40. So. Das letzte schaut machbar aus. Nicht so viele Kurven. Ich hasse Kurven. Ja, Kurven sind nicht so gut. Vor allem nicht enge Kurven. Weil da bin ich nicht gemacht dafür. Also, da ist das Auto nicht gemacht dafür. Na, der Mai auch nicht. Er hat Beschleunigung nicht. Der Mai hat das Handling nicht. Handlang? Handlang. Der Mai aber auch nicht. Wir haben das gleiche Auto. Ja, aber vielleicht nicht das gleiche Tuning. Das vielleicht nicht. Aber, du siehst es ja schon an der Beschleunigung. Wir sind ziemlich gleich schnell. Ja. Ich finde das übrigens ziemlich unfair, dass ich meistens hinter dir steigen muss. Hm, das suche ich nicht aus. Weißt du schon. Muss er dich jetzt da rumgetragen oder was? Entschuldigung. Ich habe schon bald bremst. Das meine ich mit Handling. Nein, ich habe mir gedacht. Und da kommen einfach nur weiter rum. Ich denke mir so. So, jetzt muss ich nur mein Gummi drücken, weil sonst schafft mein Checkpoint nicht. Ich habe mir gedacht. Mann, ich kuscheln. Mann, ich kuscheln. Mann, ich kuscheln. Ah, Kurven, kuscheln. Kuschelkurven. Mann. 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 Sommerreifen und Straßenreifen. Da können wir niemals vier. Mein lieber Tag nicht. Bis jetzt gelangt. Ich hätte gerne noch ein oder zwei Platz. Ja, ja, aber wir haben mir da nicht verwünscht was. Nein, sondern wünschte ich etwas. Scheiß, Kai. Okay, nice. Oh Gott, ich komme noch dran. Ich komme noch dran. Oida, Digga. Digga, wala, ich schör. Ich schör bei meinem Leben. Kauf mir ein Dörer von der Tankstelle. Was? Ich bin dran an die ersten drei. Oh, ich bin dran an den fünften. Ich kriege sogar noch ein. Oh Gott, du krieg ich kurz nicht. Ich bin dran. Manuel, hilf mir. Nein, mach das nicht. Keige weg. Nein, Kim. Zieh. Zieh durch. Zieh durch. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Zieh. Du Scheißauskissen. Du Scheißauskissen. Hat's gelangt? Ich weiß es nicht. Jo. Juhu. Mein Herzi. Oh Gott. Kann man schon wieder eine Fehlkompilation daraus schneiden, was ich da schon wieder angestellt habe. Na, das passt schon. Nein, 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 nein. Meisterschaftsgewinner. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das ist ein Schädel-Erich. Na, gestecken Sie. Da sind wir wie so ein Unterschied, lehr ich. Ein Toyota Supra 2, nein, jetzt gibt es ein Baujahr. Aber ich freu mich. Unwahrscheinlich. Ja, gestecken Sie. So. Auf alle Fälle, falls wir jetzt keinen Wien-Spin nicht mehr haben, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Like'n halt nicht vergessen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am Freitag zur weiteren Folge von Horizon 4 im Herbst. Oder vielleicht zu einer anderen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Konnichiwa und Arrivederci Ciao. Konnichiwa und Arrivederci revealings Producent für permission. Vielen Dank.